Für die zugestiegenen Fahrgäste im Namen der Deutschen Bahn im ICE nach Berlin willkommen heißen. Unsere nächste Planmäßigkeit in Bielefeld werden wir mit unserer derzeitigen Zufallspielung von 19 Minuten gegen 11.56 Uhr erreichen. Über die aktuellen Zubeanschlüsse werde ich Sie für Ankunft informieren. Grund der Zufallspielung war eine schriftliche Mitteilung für unseren Zug, da wir vom zweiten Zug teilen, eine technische Störung hatten. Ja, das ist auch gut.